Wir kommen zur Ziehung des glücklichen Gewinners oder der Gewinnerin des Branschgutscheins im Delano in Weinheim. Hier haben wir den Topf mit den Finalisten und kommen jetzt zur Ziehung. Wie weit ist es jetzt um den Weitsee? Einer von euch zieht. 2680 plus minus waren alle richtige Antworten. Nur eins, nur eins ziehen. Okay, Nikolaus hat gezogen. Du kannst auch eins ziehen. Na, den haben wir, die Gewinnerin. Kann das nochmal wiederholen? Sag es nochmal. Kaluna Rau. Kaluna Rau war, glaube ich, nicht nochmal genau. Zeig mal. Zeig mir den Zettel mal. Zeig mal den Zettel hier ein bisschen näher rankommen. Nochmal näher. Gewinnerin des Gutscheins für zwei Personen ist Kordula Rau. Herzlichen Glückwunsch. Da werden Sie später dry zur Topf mit dem tiene Earthen. Das ist JOEONSJs. Von NASBIRerstep показывärs. Informal wo bisschen muss es leicht.